Essen! Umsatzt! Vielleicht sollten wir das mit dem Betrüger dem Herrn hier erzählen. Du schwammiger Schwachkopf! Er ist der Betrüger! Er hat uns abgelenkt! Abgelenkt! Verkrank, Eier! Wir rippengedammelt! Das ist zwar kein Wort, aber du hast ganz recht! Guck ihn dir an! Der wechselt bestimmt nie seine Unterwäsche! Der pinkelt bestimmt auf den Rand! Den Hut hat ihm bestimmt seine Mama gekauft!